ja hallo leute ich hatte ja heute nacht angekündigt wenn mein game da ist heute dass ich dann das video mache das game ist gerade gekommen und ich will noch mal was anderes zeigen was ich in diesem jahr bekommen habe und zwar ist das dieses kleine ding hier das ist meine neue festplatte ich habe die gerade abgemacht um die zeigen zu können für meine beiden playstation 4 das ist die verpackung von seagate also ein game drive festplatte 1 terabyte habt da 55 euro für bezahlt leute wie gesagt so ein kleines ding nur und das hier ist eben gekommen mit hermes ist vielleicht zwei minuten her also eben gerade und ja leute was soll ich sagen endlich habe ich mein ls 19 ja kam ja ende letzten jahres raus ich glaube das war im november ende november jetzt habe ich das endlich wenn das video gleich fertig hochgeladen ist dieses hier werde ich ls 19 bei mir stream auf dem kanal bis dann leute ciao